Moin und herzlich Willkommen zu Searchcamp, dem Online-Marketing-Podcast mit wichtigen Insights rund um SEO, SEA und Co. Mein Name ist Markus Hövener und jetzt geht's auch direkt los. Viel Spaß. Hallo, da seid ihr ja. Herzlich Willkommen zu Searchcamp Episode 337. Ja, vielleicht mit einem komischen Thema heute, aber das Thema kam letztens mal und da habe ich gesagt, ja, dann reden wir halt drüber. Nämlich, ich habe meine Website optimiert für Suchmaschinen. Ich bin fertig. Was kann ich jetzt noch machen? Ja, habe ich mal drüber nachgedacht. Solche Fälle gibt es natürlich. Ehrlicherweise eher bei einem kleineren Umfang. Das heißt, du bist vielleicht ein Arzt, Ärztin, hast ein gewisses Leistungsspektrum, mit dem du auch wirklich Geld verdienst. Und für jede Leistung hast du jetzt eine gute, lokal optimierte Zielseite gebastelt. Du bist für alle auf Platz 1. Würde ich sagen, okay, Applaus, Applaus. Alles prima. Seltener Fall ist es trotzdem. Also habe ich relativ selten, dass man so sagt, jetzt sind wir aber auch durch. Fertig. Aus. Ich habe das aber trotzdem mal heute eben zum Anlass genommen, genau diesen Fall für mich nochmal durchzudeklinieren. Nämlich, wenn dieses Gefühl aufkommt, hey, ich bin eigentlich fertig. Was kann ich jetzt noch machen? Und dafür habe ich insgesamt neun Punkte herausgearbeitet, die ich jetzt im Folgenden auch hier erzählen werde. Nummer 1. Nichts. Muss man natürlich ehrlicherweise sagen, es gibt immer die Unterlassungsalternative. Ich mache also gar nichts. Warum sage ich das? Ich sage es vor allem deswegen, weil es manchmal da draußen die Wahrnehmung gibt, man müsse ständig was machen an der Website. Man muss ständig neue Inhalte schreiben. Sonst kriegt man auch irgendwann kein gutes Ranking mehr. Das stimmt nicht. Es stimmt natürlich schon, dass wenn Inhalte irgendwann mal inhaltlich nicht mehr richtig sind, dass es dann bergab gehen kann. Aber solange das zeitlose Inhalte sind, ist das Ganze kein Problem. Um also bei dem Beispiel mit dem Arzt zu bleiben, wenn der seine X Leistungen hat und dafür hat er Seiten gemacht, die inhaltlich korrekt diese Leistungen beschreiben, dann gäbe es keinen Grund erstmal an diesen Seiten etwas zu verändern. Also das ist eben erstmal einfach so. Aber hoffentlich finden wir da noch ein bisschen mehr Futter, weil ich habe ja gesagt, heute wollen wir eigentlich darüber sprechen, was man eigentlich noch wirklich machen könnte. Deswegen Nummer 2. Mehr Backlinks. Also erstmal ist es natürlich so, mehr Backlinks, wenn sie eine gewisse Qualität haben und thematische Nähe und so, können zu besseren Rankings führen. Und mehr Backlinks können natürlich auch zu direktem Traffic führen, weil jemand anderes auf diese Backlinks draufklickt. Das ist mir immer ganz wichtig, das nochmal ganz klar zu sagen, dass ein Backlink bitte nicht nur für Google aufgebaut wird, sondern idealerweise dafür auch, dass da auch Menschen draufklicken. So, jetzt muss man sagen, mehr Backlinks aufbauen, ist das sinnvoll? Naja, ich meine, solange es da draußen noch Websites gibt, auf denen man nicht vertreten ist, bringt das eventuell was, wenn es relevante Websites sind. Es bringt aber wirklich primär, für SEO bringt es eigentlich nur dann was, wenn man auch wirklich, also wenn man nicht schon vorne steht. Denn es gibt durchaus Bereiche, da hat jemand schon 20 Backlinks und die reichen für dieses Thema vollkommen aus, um vorne zu stehen, weil kein anderer bei diesem Thema auch nur ansatzweise an diese Verlinkung drankommt. Und jetzt würde es null bringen, wenn du noch fünf Backlinks aufbaust. Dann hast du 25, aber du hast immer noch mehr als die anderen und immer noch besser als die anderen. Das bringt dann natürlich nichts mehr. Wie gesagt, abgesehen davon, dass eben wirklich Besucher über diese Links kommen. Und diesen Fall sollte es ja idealerweise auch geben, finde ich, das macht einen richtig guten Link aus. Nummer drei. Guck doch mal bei SEA nach. Also, wenn es gut läuft, finde ich, dann schaltest du ja auch Google Ads. Also, du setzt nicht nur auf SEO, sondern setzt auch auf SEA. Und da kann man sich durchaus mal angucken, gibt es da gute Suchbegriffe und Suchbegriffskombinationen, die du vielleicht übersehen hast. Weil du hast halt quasi Keyword-Recherche vorab betrieben für SEO und hast dir überlegt, das sind meine Leistungen, die nachgefragt werden. Bei SEO bucht man ja in der Regel ein bisschen großzügiger ein. Und da kann man sich dann eben später auch angucken, was hat denn da gut gelaufen? Was ist denn da gut gelaufen? Das ist, glaube ich, eher das korrekte Deutsch. Also, und nicht selten findet man da Sachen, die man selber übersehen hat. Nummer vier. Jetzt machen wir was Ähnliches. Wir gucken aber einfach in die Search Console rein und schauen nach. Ja, wie ist es eigentlich da gelaufen? Wie haben meine Inhalte eigentlich performt? Das heißt, es geht darum, eventuell meine bestehenden Inhalte, die ich habe, die auch sehr erfolgreich sind, vielleicht nochmal inhaltlich zu aktualisieren oder zu erweitern. Weil vielleicht stelle ich fest, dass sie mittlerweile nicht mehr ganz auf dem Stand der Dinge sind. Vielleicht stelle ich auch fest in der Google Search Console, dass es ganz bestimmte Suchbegriffskombinationen gibt, ähnlich wie bei SEA eben, wo ich auch vorher nicht drüber nachgedacht habe. Und dann solche Wörter noch einzubauen in die Seite ist natürlich oder wird in der Regel sehr sinnvoll sein, weil ich wahrscheinlich dann für Suchbegriffskombinationen, die ich eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hatte, neue Rankings generieren kann. Nummer 5. Ich kann mal neue Bereiche aufbauen, um neue Suchbegriffskluster abzudecken. Das merke ich oft, dass die Website hat einen ganz bestimmten Umfang an Seitentypen. Aber manche Sachen fehlen einfach. Zum Beispiel ein FAQ, zum Beispiel ein Ratgeber, zum Beispiel ein Glossar. Und man ahnte schon, wenn ich das so sage, häufig geht es dann hin zu informationalen Suchbegriffen. Das heißt, vorher hatte ich vielleicht eine Website als Anwalt und habe Seiten gemacht für meine ganzen Fachgebiete oder so etwas. Also so klassische Leistungsseiten, Produktseiten. Und jetzt entdecke ich aber, dass ich darüber wachsen könnte, indem ich mir zum Beispiel ein ganz bestimmtes Thema heraussuche, das für mich wichtig ist, mit dem ich auch wirklich Umsatz mache und dafür dann zielgerichtet Inhalte zu erstellen. Ich gebe gleich zu, das ist nicht jedermanns Thema. Viele tun sich da sehr schwer mit und sagen, oh nee, schreiben konnte ich noch nie. Oder gerade Anwälte schreiben jetzt oft eher so, ich sage mal so in ihrem Sprech, in ihrem Jargon. Da kommen auch nicht immer wirklich brauchbare Inhalte bei raus. Also brauchbar im Sinne von, dass das jemand, der zu diesem Thema Rechtsberatung braucht, dass das eben zueinander passt. Da finde ich, sind manche juristische Texte einfach im Juristendeutsch beschrieben. Das kann ich zu einem ganz gewissen Grad handeln, aber wenn es dann zu schlimm wird, auch wirklich nicht mehr. Nummer sechs, guck dir doch mal die Verticals an von Google. Da gibt es natürlich einige, wie die Bildersuche und die Videosuche. Hast du dafür schon alles gemacht und natürlich sind die auch für dich relevant. Und ein Potenzial, was ich total oft finde, sind halt die lokalen Unternehmensprofile, was bis vor kurzem noch Google My Business hieß. Da kannst du so viel eintragen, Produkte, Leistungen, kannst Bilder hinterlegen, tausend Sachen machen. Und da merke ich ganz oft bei lokal orientierten Unternehmen, dass da wirklich noch was geht. Ob das jetzt immer den Mega-Impact hat, ist noch ein ganz anderes Thema, weil nicht immer werden diese zum Beispiel Produkte und Leistungen auch prominent angezeigt. Gleichwohl ist es echt ein Weg, den man gehen kann, gerade wenn man eine lokale Ausrichtung hat. Oder wenn man eben visuelle Produkte hat, dann ist die Bildersuche eben spannend. Habe ich schon alles zur Verfügung stehende getan, um in der Bildersuche besser zu ranken? Zum Beispiel über die Qualität der Bilder, zum Beispiel über Altattribut und, und, und. Nummer 7. Ja, wir können ja noch andere Suchmaschinen angehen. Also mag wirklich sein, dass du in Google ganz vorne stehst, alles super, immer auf Platz 1, Ding, Ding, Ding. Toll. Aber es gibt ja noch anderes. Also es gibt zum Beispiel, erstmal nochmal unter den, wir nennen es immer All-Purpose-Suchmaschinen, gibt es ja noch Bing. Jetzt ist es natürlich so, dass man sagen muss, ja, ist eine zweite Suchmaschine. Ich würde jetzt aber nicht separate Inhalte für Bing erstellen, weil ich vielleicht die Bing-Ranking-Faktoren so durchschaut habe, dass das jetzt gerechtfertigt ist. Ist natürlich nicht so. Das heißt, Bing nimmt man eher so ein bisschen als Beifang mit. Aber auch da, es gibt zum Beispiel die Bing-Webmaster-Tools, die man sich mal angucken sollte. Und es gibt eben auch viele Pendants zu dem, was wir aus dem Google-Universum kennen. Also es gibt Google-Maps, ja, und es gibt auch Bing-Maps. Und sich damit zu beschäftigen, ist natürlich nicht verkehrt. Dann kann man natürlich in die Richtung YouTube gehen. Ist ja auch eine Suchmaschine. Auch da rennen Leute rum, die Lösungen brauchen, die Produkte kaufen wollen. Man kann international gehen, in Richtung Baidu oder Yandex zum Beispiel. Je nachdem, wenn das für einen interessant ist. Und man darf sich natürlich auch den neuen Welten nicht ganz verschließen. Je nachdem auch da, wo man so gerade unterwegs ist. Weil, auch das haben wir schon ein paar Mal thematisiert. Gerade die, in Anführungsstrichen, jungen Leute suchen zum Teil gar nicht mehr auf Google, sondern suchen da, wo sie gerade sind. Und das ist eben TikTok oder das ist Instagram oder Pinterest oder was auch immer. Und auch da kann nicht gefunden werden. Ich hatte selber letztens einen Fall, da hat jemand geheiratet. Und die haben ihren Brautstrauß-Lieferanten zum Beispiel über Instagram gefunden. Wo ich sagen würde, da wäre ich in 300 Jahren nicht auf die Idee gekommen, da zu suchen. Aber das stimmt natürlich. Die haben da einen spannenden Anbieter hier aus der Gegend gefunden, der wirklich geile Bilder geliefert hat zu Brautstreußen. Und das gleiche kannst du ja auch durchdeklinieren zum Thema Brautmode und Brautschmuck und was weiß ich nicht alles. Und gerade wenn du solche Themen hast, die auch so ein bisschen sozial angehaucht sind oder von denen man erwarten würde, dass man da auch starke Bilder kriegt, dann ist das durchaus ein Ding. Passt nicht jedem, weil gerade so TikTok, merke ich auch, ist jetzt überhaupt nicht mein Ding. Aber darum geht es ja nicht. Manchmal findet man dann jemanden, der da vielleicht gute Ideen hat oder manchmal kann man sich ja selber auch in diese Richtung drehen. Also ja, andere Suchmaschinen insgesamt, also alles, was da oben einen Suchschlitz hat, kann für dich auch noch interessant sein. Und gerade wenn wir nochmal bei dem Arzt bleiben, da gibt es durchaus spannende Portale, die man dafür nutzen kann. Und das ist dann eben auch eine ganz gute Überleitung zu Thema Nummer 8, nämlich sich andere Websites anzugucken, die für meine Suchbegriffe gut ranken. Und ich muss ja nicht nur mit meiner Website in Google gut gefunden werden können, sondern das können ja auch andere Websites sein. Also das können Verzeichnisse sein oder Portale, sowas wie Gute Frage oder Wikipedia, Foren, was auch immer. Da muss man natürlich immer die Einschränkung beachten, dass wenn man die jetzt einfach nur blöd zuspammt, dass man da auch sehr schnell sich Probleme einhandeln kann, respektive, dass die ganze Mühe, die man da reingesteckt hat, dann auch mal schnell für die Tonne ist, weil man schnell gesperrt wird oder so etwas. Also da bitte, ja, guckt euch das Ganze an, wo rennen wirklich eure Leute rum und wie könnt ihr euch da sinnvoll einbringen? Gerade Wikipedia ist natürlich ein sehr, sehr kritischer Fall, wo man jetzt nicht einfach nur sagen kann, oh, da unten bastle ich jetzt mal eben schnell meinen Link rein. Da hast du wirklich sehr schnell sehr viele Leute, die da sehr erbost drüber sind. Entschuldigung, ich habe gerade einen halbgroßen Frosch im Hals. Also bleibt natürlich noch Thema Nummer 9, Maßnahme Nummer 9. Ja, wenn du mit deiner Website fertig bist, mach doch einfach eine zweite auf. Ja klar, also angenommen, du hast eine sehr produktlastige Website, machst halt ein Forum auf oder machst einen Blog auf. Und ich habe Kunden, die das durchaus machen. Die haben einfach zwei Websites. Ich sehe das nicht immer so ganz unkritisch, denn du hast natürlich immer das Thema, dass du zum Beispiel auch Backlinks aufbauen musst für diese zweite Website, damit sie gut funktioniert. Und du musst auch, hast natürlich auch einen doppelten Technikaufwand, musst zweimal fürs Webdesign bezahlen oder so und fürs Hosting und so. Das muss man wirklich mal sehr genau gucken, ob sich das Ganze lohnt. Wie gesagt, ich habe so ein paar Fälle unter den Kunden, da muss man sagen, jo, gute Idee. Auch wenn in den Fällen, die ich jetzt gerade kenne, war es jetzt nicht so, dass wir da beratend tätig waren, sondern das kam schon so, als wir die Kunden bekommen haben oder die hatten das schon. Und wahrscheinlich hätte ich ihn eher davon abgeraten, das zu tun. Gleichwohl, bei ein paar Leuten funktioniert es da wirklich nicht schlecht. Ich bin aber, wie gesagt, eigentlich kein Freund davon. Bin wirklich eher ein Freund davon, alles auf einer Website zu behalten, insofern das Ganze sinnvoll ist. Natürlich kann ich, wenn ich zwei verschiedene Websites habe, kann ich einen Double Rank hinbekommen. Also mit beiden Websites gleichzeitig ranken. Das ist natürlich ein spannendes Potenzial. Aber wie gesagt, ist nicht so der typische Weg, den man geht, aber man kann darüber nachdenken. Und genau, damit würde ich euch jetzt, glaube ich, auch schon in den gedanklichen Feierabend entlassen. Also denkt mal darüber nach. Wie gesagt, neun Themen, wobei eins war die Unterlassungsalternative, das zählt eigentlich nicht. Aber zählt eigentlich doch, finde ich, weil auch hier kann man einfach irgendwann mal sagen, okay, ich habe in Bezug auf SEO alles getan. Es läuft, es funktioniert. Es bringt mir meine Besucher rein. Und da immer noch in der Schippe draufzulegen, wie gesagt, muss nicht unbedingt sein. Aber ich hoffe, ich habe euch mit den Themen zwei bis neun nochmal aufgezeigt, ja, man kann trotzdem immer irgendwas machen. Und vor allem dann vielleicht, wenn man das Thema Suchmaschine nicht so sehr auf Google fokussiert, sondern guckt, was ist da eigentlich noch alles da draußen. Und wenn man sich eben auch wirklich mal die Suchergebnisse anguckt, was steht da so, wer taucht da so auf? Muss nicht nur mit meiner eigenen Website ranken. Und das ist ein ganz altes Thema, mit dem man sich aber immer wieder aufs Neue beschäftigen sollte. Ja. Ich glaube, das soll es auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Herbst. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja bald mal. Aber schaltet auf jeden Fall auch nächste Woche wieder ein. In diesem Sinne, ja, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.